Ich kriege oft die Frage beim Überlebenstraining, ja, wenn ich mich verlaufen habe, wenn ich mich verlaufen habe, wie mache ich dann Orientierung und Navigation? Wie funktioniert das dann? Und meine Antwort ist, Orientierung und Navigation beginnt nicht erst dann, wenn du den Weg nimmer findest, sondern Orientierung und Navigation beginnt dann, ja, wann eigentlich? Und wenn dir das interessiert, bleibt dran. Hallo, willkommen, das ist der Heine Rossmann, schön, dass du dabei bist. Wir sind jetzt gerade auf Urlaub und wir sind ja im Wald, ein bisschen herumwandern und ein bisschen herumstreifen, so muss man es eigentlich sagen, weil wandern würde ja bedeuten, wir gehen von A nach B und das müssen wir in der Zeit schaffen und dort machen wir irgendwas und dann gehen wir wieder zurück, sondern wir streifen einfach so ein bisschen durch den Wald, schauen, ob es Pilze gibt, weil es hat relativ viel geregnet, den Wald hier ein bisschen erkunden, der ist nämlich anders, logischerweise, auch von der Vegetation, auch von dem Moosbewuchs und das Ganze hier als bei uns daheim. Aber egal. Und jetzt ist es so, dass wir von der Ortschaft weg in den Wald gegangen sind. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich von der Straße weggegangen bin, wo ich mich auskenne, wo ich zurück zur Unterkunft finde, beginnt Orientierung und Navigation. Genau ab dem Zeitpunkt. Und jetzt beginne ich, und das kann ich dir auch empfehlen und all meinen Schülern empfehle ich das genauso, die zum Beispiel eine Survival-Trainer-Ausbildung bei mir machen oder einfach nur so einen Orientierungskurs oder Ähnliches. Billige Eigenwerbung gebe ich dann natürlich den Link unten im Beschreibungstext und im ersten Kommentar. Aber auf jeden Fall ist es dann so, dass ich dann beginne, eine Karte im Kopf zu zeichnen. Und wenn du nicht so weit bist und sagst, du, ich kann keine Karte im Kopf zeichnen, das kann ich gar nicht, ich kann mir nicht merken, wo ich da war, dann zeichne sie wirklich tatsächlich auf einen Zettel. Machen wir bei unseren Orientierungskursen zum Beispiel. Das ist eine wunderbare Übung, um eben dieses Karten im Kopf zeichnen zu lernen. Und wenn du das öfter gemacht hast, dann ist es sowieso automatisch, dann wirst du das automatisch tun. Das heißt, ich sage, okay, wo ist ungefähr welche Himmelsrichtung? Okay, wir sind jetzt Richtung Süden gegangen und da ist es ein bisschen bergauf gegangen und Wälder, da war es noch Laubwald. Jetzt bin ich eher in einem Fichten, in einem Fichtenwald. Das heißt, auch das kannst du dir als Wegmarkierung merken, als Orientierungspunkt vorbei. In so einem Wald sieht man ja dann irgendwann die Bäume, in der Fall, lauter Wald oder umgekehrt, egal. Und dann sind wir raufgegangen und dann runter und da war der Weg noch steinig. Der Weg wird immer unbefestigter und dann sind wir rechts abbogen und da ist es raufgegangen und da sind wir ungefähr fünf Minuten gegangen, ich schätze 500 Meter. Und dann ist es in den Wald reingegangen. Also du zeichnest dir einen Weg im Kopf. Und wenn du das aber, wenn du den ganzen Tag unterwegs bist, wir werden jetzt nur ein bisschen herumstreifen, aber wenn du dann wirklich den ganzen Tag unterwegs bist, dann wäre das einfach wahrscheinlich zu viel. Das merkt man sich nicht. Da weiß ich ja, bin ich jetzt links oder rechts gegangen? Da gibt es dann zwei Möglichkeiten. Die eine ist wirklich, wie ich schon gesagt habe, du zeichnest dir das auf. Und B ist natürlich, du kannst dir so eine Art Song langmaßen, ich weiß nicht, ob du das schon einmal gehört hast, das geht besonders gut mit Kindern. Und zwar, dass man jetzt durch einen Wald geht und sagt, okay, und dann wirklich aktiv stehen bleibt und sich anschaut mit einem 360 Grad Blick am besten, habe ich auch schon einige Mal erwähnt und sich umschaut, was ist da an interessanten Dingen und sich dann irgendeine merkwürdige Sache merkt. Zum Beispiel hier, dieser Wald ist total merkwürdig, für mich zumindest, weil dieses Moos, ja, dieses Moos, so kenne ich das nicht, ja, so an, besonders diese Art von Moos hier, ja, ich kenne das überhaupt nicht. Ja, das haben wir bei uns im Buschkraftarealurlaub.at, so in der Form nicht. Da wäre jetzt alles voll mit Nadeln, ja, und nicht mit diesem schönen gepolsterten Moos. Und der ganze Wald hier ist so, ja, der ganze Wald hier ist komplett mit diesem Moos und auch mit der Sonne jetzt, aber gut, das ist dann nachher etwas anders. Aber das wäre jetzt etwas Eigenartiges und da würde ich mir jetzt merken, okay, das ist der Mooswald oder irgendeinen anderen Namen geben, ja, und langsam gehen und sich einprägen, was war da, da war dieser Mooswald. Und dann gehe ich zum Beispiel nach unten und hier unten ist so ein kleines Tal. Und in diesem Tal, da ist ein kleiner Bach entlang. Es gibt da ganz viele Möglichkeiten, wie man sich was merken kann, was Merkwürdiges. Und so kann ich mir auch eine Art Karte machen, die ich mir aber vielleicht, aber so wie, was packt man in einen Koffer rein, gell, du kennst wahrscheinlich das Spiel, ja, ich packe einen Hut ein, ja, nein, ich packe eine gelbe Jacke ein und so, dass man sich das auf diese Art und Weise merkt. Und das ist vielleicht jetzt am Anfang, wo du sagst, ich kann mir sicherlich nicht drei Stunden Weg irgendwie merken, so auf die Art und Weise. Dann fang einfach einmal klein an, dann schau dir das einfach einmal ganz locker und cool und in kleinen Schritten an. Weil wenn du es tust, dann wirst du sowieso mit der Zeit immer und immer und immer und immer besser. Und dann ist es, wie ich gesagt habe, eine Sache, die automatisch ist. So, das habe ich lange geredet, aber noch einmal auf den Punkt gebracht. Orientierung und Navigation beginnt nicht erst dann, wenn man sich verlaufen hat, wo bin ich, sondern beginnt genau dann, nämlich wirklich genau dann, wenn du einen Schritt, einen Schritt weg machst aus den Wegen, aus den Gebieten und aus dem Areal, wo du dich einfach im Schlaf auskennst. Dann beginnt Orientierung und dann beginnt Navigation und nicht erst dann, wenn die Kacke am Dampfen ist. Dein Reilly Rossmann und man kann nicht alles überleben.